Am Samstagabend soll ein 49-jähriger Tankstellenkunde in Ida-Oberstein im Rheinland-Pfalz einen 20-jährigen Kassierer mit einem gezielten Kopfschuss getötet haben, der ihn auf die Coronavirus-Maskenpflicht aufmerksam gemacht hat. Dem 49-jährigen Täter sei der Bierverkauf verweigert worden, weil er keine Corona-Maske getragen hat. Der Mann habe sich über die Zurückweisung in der Tankstalle derartig geärgert, dass er zu Hause einen Revolver eingesteckt habe und erneut zur Tankstelle gefahren sei, um den 20-jährigen Verkäufer zu provozieren. Er habe die Maske bei seinem zweiten Tankstellenbesuch um 21.25 Uhr absichtlich falsch aufgesetzt. Dann habe er ohne zu zögern abgedrückt. Ihm sei klar gewesen, dass er das Opfer getötet habe. Er schoss den Kassierer gezielt von vorne in den Kopf. Das Opfer sei sofort tot gewesen. Der Tatverdächtige aus Ida-Oberstein sitzt in U-Haft. Gegen ihn erging Haftbefehl wegen Mordes. Der mutmaßliche Täter soll die Tat bereits gestanden haben.